Für jeden, der bereits einmal in die Verlegenheit gekommen ist, ein Foto auf einer oder gar mehreren Festplatten zu suchen, für den haben wir heute ein besonderes Video, um euer Datenchaos in den Griff zu bekommen und endlich wieder Freude beim Sichten der eigenen Fotos zu verspüren und das Ganze ist auch noch gratis. Also ab ins Video und viel Spaß dabei! MyLeoFoto ermöglicht euch unter anderem eure Bilder zentral in einer Anwendung zu verwalten. Auch wenn die Bilddateien auf mehreren Datenträgern verstreut liegen. Dabei unterstützt es euch mit einer Vielzahl an Funktionen, um die Bilder logischer und vor allem ästhetischer zu sortieren, so dass ihr sie auch wiederfindet und ganz nach euren Bedürfnissen sortieren und präsentieren könnt. Weil das Ganze kostenlos ist, könnt ihr MyLeoFotos auch selbst mit einem Klick auf den Link in der Beschreibung ausprobieren. Auf der linken Seite haben wir die Bibliotheksfunktionen, in denen wir die unterschiedlichen Ansichtsmodi des Programms auswählen können. Die einfachste Möglichkeit, in MyLeoFotos unsere Bilder dargestellt zu bekommen, ist die ihr Alle-Fotos-Ansicht. Hier werden Bilder einfach anhand ihres Erstellungsdatums chronologisch sortiert. Das bedeutet, die neuesten Bilder landen ganz oben und für die ältesten Bilder müsst ihr weiter runterscrollen. Wenn wir unsere MyLeoFoto-Bibliothek mit unseren ersten Aufnahmen gefüllt haben, haben wir die Möglichkeit, auch mit den Smartfiltern zu arbeiten. Das bedeutet, wenn wir auf das zweite Icon der linken Menüleiste klicken, haben wir hier die Quickfilter-Funktion. Hier können wir unsere Suchparameter festlegen, nachdem wir nur noch bestimmte Fotos angezeigt bekommen möchten, die diesen Suchkriterien entsprechen. Das bekannteste System, um unsere Mediathek auf Vordermann zu bringen, besteht wahrscheinlich darin, unsere Medien fortzusortieren. Das bedeutet, wir haben folgende Möglichkeiten. Wir können Flacken vergeben, Bewertungen in Form von Sternen hinterlassen oder Farblabels vergeben. Wir haben zudem eine weitere interessante Funktion und diese verbirgt sich hinter dem Schalter automatisches Weiterschalten und hat die Eigenschaft, wenn wir eine Bewertung erstellt haben, bringt das Programm automatisch ein Foto weiter und wir können so innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Fotos bewerten. Eine sehr, sehr spannende Funktion ist auch bei MyDioPhoto die Funktion, dass mit KI-Filtern gearbeitet wird. Dadurch, dass MyDioPhoto aber einen großen Wert auf euren Datenschutz legt, werden eure Dateien nicht hochgeladen und von der KI ausgewertet, sondern die KI-Berechnungen finden allesamt auf eurem Rechner statt. Wenn ihr eure Fotos importiert, bekommt ihr dementsprechend in diesem kleinen Aktivitätsfenster, ich blende das kurz ein, einen Ladebalken angezeigt, während eure Fotos analysiert werden. Hier haben wir zum Beispiel Bilder von einem Witter. Ein Witter wurde von MyDioPhoto erkannt als ein Tier. Wir klicken dementsprechend auf die Unterkategorie Tier und können dann weiter runter in die Unterkategorien, in diesem Fall unter Schaf. Und hier sehen wir bereits unsere beiden Tiere. Angenommen, wir haben mehrere unterschiedliche Schafe fotografiert, dann wird diese Liste hier unten auch noch weiter aktualisiert. Aber MyDioPhoto hat vollkommen alleine herausgefunden, was es für ein Tier ist. Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass dieses Tag in das Foto eingebacken ist, dient es ebenfalls auch als Filterkriterium in der Suchfunktion. Das bedeutet, ich kann auf die Lupe klicken, kann hier oben wieder eingeben und bekomme mein Foto angezeigt. Manchmal liegt MyDioPhoto bei der Auswahl der Smart Tags jedoch daneben. Um die Übersichtlichkeit eurer Mediathek nicht zu gefährden, könnt ihr unpassende Smart Tags ausgrenzen, indem ihr auf das kleine X neben dem Smart Tag drückt. Beispielsweise sieht mir das Foto hier nicht nach einem Tempel aus. Also drücke ich auf das X und der Smart Tag wird entfernt. Ihr könnt dabei auch überhaupt nichts verkehrt machen, denn wenn ihr die Smart Tags gelöscht habt oder eines der Smart Tags gelöscht habt, könnt ihr MyDioPhoto jederzeit dazu auffordern, erneut nach den Smart Tags zu suchen, dann wird der Zustand wieder hergestellt. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, nach Kamera und Objektiv zu suchen, wenn ihr mehrere Kameras besitzt oder ein spezifisches Objektiv sucht. Neben Smart Tags sucht MyDio auch nach Buchstaben in euren Fotos, um sie via OCR-Erkennung als Suchkriterium hinzufügen zu können. Das hilft uns, indem wir, wenn wir auf der Suche nach einem Foto sind, einfach einen Schlagbegriff, den wir im Kopf hatten, die Suchleiste eingeben können. In diesem Fall jetzt Klick und wir bekommen alle Bilder angezeigt, in denen MyDioPhoto den Begriff Klick gefunden hat. Über die Kalenderansicht haben wir die Möglichkeit, unsere fotografische Reise anhand des Datums zurückzuverfolgen. Wir beginnen mit der Jahreszahl, suchen unseren Monat und haben die Möglichkeit, bis hin zum Tag genau unsere Fotos sortiert dargestellt zu bekommen. Unsere nächste Ansicht ist die Kartenansicht. Hier haben wir die Möglichkeit, gesetzt, im Fall wir unsere Fotos enthaltenen GPS-Koordinaten, uns umzusehen, wo wir alles bereits auf Fotosafari waren und unsere Fotos dementsprechend sortiert zu bekommen. Hier haben wir die Möglichkeit, immer weiter ranzuzoomen und je genauer unsere GPS-Koordinaten waren, umso besser können wir unsere Routen nachvollziehen. Wenn wir unsere Fotos mit Geodaten versehen haben, dann können wir diese ebenfalls nutzen, um unsere Bilder in unserer Mediathek wiederfinden zu können. Wir gehen einfach in die Kartenansicht und tragen den Namen unserer Stadt oder der Umgebung, die wir suchen, in die Leiste ein. Jetzt werden alle Bilder angezeigt, die in der näheren Umgebung des Suchergebnisses gefunden wurden. Sollten wir es einmal verpasst haben, unsere GPS-Daten in unsere Fotos zu integrieren, dann können wir diese auch hinterher noch nachholen. Auf der rechten Seite haben wir unter Plätze die Möglichkeit, unsere GPS-Daten manuell hinzuzufügen. Diese lassen sich überall ergoogeln und können einfach als Text eingefügt werden. Drücken wir nun Enter, werden die Daten in unserer Kartenansicht herangezogen. Eine spannende Funktion von MyLeoFotos besteht darin, dass ihr Fotos auch aus einem Online-Dienst heraus in eurer Mediathek hinzufügen könnt. Unter Add Media habt ihr die Möglichkeit, Medien aus dem Online-Dienst hinzuzufügen und habt dort die Wahl, aus den bekannten Kanälen von Instagram, Facebook, Frame.io oder eurer Google-Fotos-Bibliothek hinzuzufügen. Auch Flickr ist mit dabei. MyLeoFoto kann uns sogar dabei unterstützen, unsere Porträts ordnungsgemäß zuzuordnen. Alles, was wir tun müssen, ist MyLeo erstmal zu erklären, welche Personen für uns von Relevanz sind. Das können wir machen, indem wir in der Portrait-Ansicht mit dem Rechtsklick in den leeren Raum tippen, dann eine neue Person erstellen und dieser einen Namen geben. Nachdem wir MyLeo eben den Tipp gegeben haben, dass die Person, die wir registriert haben, für uns von Relevanz ist, können wir nun in der Einzeldatei-Ansicht unter Person dieses kleine Plus hier drücken und den Namen der Person, die wir registriert haben, hinzufügen. Der Vorteil ist, wenn wir das machen, lernt der MyLeo-Gesichts-Algorithmus immer mehr dazu, dass die Person, deren Namen wir zuordnen, die gleiche Person ist und lernt daraus automatisch, das Bild dem Gesicht zuzuordnen. Als nächstes schauen wir uns an, wie man bei MyLeo-Foto Alben verwaltet. Grundsätzlich ist das Erstellen von Alben recht einfach. Ihr drückt im Bereich Alben rechte Maustaste, dann unter Album neues Album und hier könnt ihr einen Namen angeben. Ebenso ist es möglich, ein Hauptalbum anzulegen. Das wäre dann das, was sich auf erster Ebene hier befindet und dieses Hauptalbum dann auch noch in Unteralben zu untergliedern. In meinem Fall habe ich das jetzt mal unter Landschaft gemacht und habe drei Städte hinzugefügt und wir wollen jetzt mal aus der Einzeldatei-Ansicht mehrere Fotos hinzufügen und diese dem Alben hinzufügen. In unserer normalen Alben-Datei-Ansicht haben wir die Möglichkeit, mit der Command-Taste unter Mac oder der Steuerungstaste mehrere Fotos zu markieren. Wenn wir die Fotos, die für unser Album relevant sind, markiert haben, haben wir die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste auf die Miniatur unseres Fotos zu klicken und dann unter Hinzufügen zu Album unsere Alben auszuwählen. Das Schöne ist, wir können auch in der Einzeldatei-Ansicht sehen, zu welchen Alben das Foto alles dazu gehört und haben so immer einen Überblick, wenn Fotos in mehreren Alben vorhanden sind. Der vorletzte Reiter auf der linken Seite stellt das Ordnerverzeichnis-System dar. Hier habt ihr die Möglichkeiten, einfach eure Quellmedien manuell zu durchsuchen. Doch MyLeoFoto ist nicht nur eine Bildverwaltungssoftware, sondern bietet euch auch eine ganze Reihe an Werkzeugen, um euer Foto zu bearbeiten. Diese findet ihr unter dem Reiter Bearbeiten ganz bequem. Hier habt ihr eine ganze Reihe an Werkzeugen, die ihr aus anderen RAW-Konvertern kennt, wie den Weißabgleich und die Belichtungsregler, aber auch zusätzlich die Möglichkeit, Presets auf eure Fotos anzuwenden. MyLeoFoto bietet euch auch einige Automatiken, falls es mal schnell gehen muss oder ihr noch neu in der Materie seid. Könnt ihr die gerne ausprobieren. Seid ihr mit der Bearbeitung eurer Fotos zufrieden, habt ihr mehrere Möglichkeiten, die Ergebnisse zu präsentieren. Indem ihr auf den zweiten Schalter in der rechten Leiste klickt, dann habt ihr die Wahl zwischen dem gewohnten Export-Dialog, indem ihr Dateigröße und Seitenverhältnis selber auswählen könnt oder ihr könnt euer Ergebnis auch direkt auf Flickr hochladen. Zum Abschluss kommen wir zu den Funktionen, die ihr erhaltet, wenn ihr das kostenpflichtige MyLeoPlus-Abo abschließt. Das kostet 9,99 Euro im Monat und ihr habt dazu weitere Funktionen in MyLeoFoto. Darunter das Finden von Duplikaten. Das bedeutet, ihr könnt eure Mediathek durchgehen und wenn ihr irgendwie auf zwei Läufwerke indiziert habt, in denen dieselbe Mediathek stattfindet, dann weist euch MyLeoFoto darauf hin und ihr habt die Möglichkeit, die Fotos zusammenzulegen und diese dann in der Mediathek nur einmal dargestellt zu bekommen. Dann habt ihr die Möglichkeit, Geräte hinzuzufügen und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil darüber auch die Peer-to-Peer-Synchronisation vonstatten geht. Das bedeutet, wenn ihr euer Smartphone registriert, dann werden die Bilder, die ihr auf eurem Smartphone habt, eurer MyLeoFotos-Mediathek hinzugefügt. Das funktioniert auch in der kostenlosen Version. Aber auf eurer Smartphone-App werden auch gleichzeitig die Bilder dargestellt, die ihr auf eurem Rechner habt. Eine weitere spannende Funktion ist die Funktion, ähnliche Fotos zu finden und diese automatisch auszusortieren. Ihr habt viele Bilder gemacht mit dem Burst-Modus eurer Kamera und möchtet die jetzt nicht alle einzeln löschen. Das bedeutet, anhand eines Schiebereglers hier oben könnt ihr einstellen, wie feingranular MyLeoFoto auf Ähnlichkeiten eingehen soll. In der kostenlosen Version funktioniert das nicht. Ihr bekommt alle Duplikate angezeigt, allerdings könnt ihr damit jetzt nichts machen. Und jetzt eine der, wie ich finde, wichtigsten Funktionen von MyLeoFotos Plus. Ihr könnt eure Daten auch sichern. Das bedeutet, ihr könnt ein Duplikat eurer Mediathek anlegen und falls der, eurem Systemlaufwerk oder euren Quellplatten irgendwas passiert, dann kann das Backup aus dem, aus MyLeoFoto wiederhergestellt werden. Das funktioniert im Grunde, indem ihr auf Gerät hinzufügen drückt, externes Laufwerk und dann euer externes Laufwerk auswählt. MyLeoFoto überzeugt durch seine vielen Funktionen, die es uns ermöglichen, unsere Fotos in den entlegensten Bereichen unserer Festplatten zu finden. Das Verwalten unserer Bilder ist kinderleicht. Einmal den Stammordner registriert, werden alle Neuzugänge automatisch hinzugefügt, verschlagwortet und aufbereitet. Er fällt zudem durch seine gute Performance und den schnellen Wechsel zwischen Katalogsmodul und RAW-Entwickler auf. Dadurch, dass MyLeoFoto in der Basisvariante kostenlos ist, handelt es sich um ein sehr gutes Paket zum Ausprobieren und Behalten. Für all jene, die nicht jedes hochspezialisierte Werkzeug zur Bildbearbeitung benötigen, sondern eine intuitive, einfache und schön anzusehende Lösung suchen.